Ja, einen schönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen GFD-Devisenradar am Montag, dem 20. Juli, hier bei Gottmord TV. Wir wollen uns anschauen, was der Goldpreis macht, nachdem wir den ja am vergangenen Freitag sowohl im GFD-Devisenradar als auch dann noch untertags im GFD-Live-Trading-TV unter die Lupe nahmen. Denn die schwächere Tendenz beim Goldpreis, die sich ja ohnehin schon länger abzeichnete, hat sich hier am Freitag beschleunigt und dann insbesondere heute auch zum Start in die neue Handelsfrau. Schauen wir mal hier auf den Tagesschart, um die Situation aktuell einzufangen. Wir haben hier diesen Abwärtstrendkanal, der grundsätzlich mit diesem Pullback hier von Mitte, Schrägstrich Ende Juni, um genau zu sein, 19.22.06. hier dann praktisch nochmal seine Bestätigung erfuhr und der Goldpreis in Folge dessen mit Unterschreitung des Levels von 1.165 Dollar, die unser hier definitiv im Verkaufssorg war. Und hier wiesen wir auch sowohl schriftlich als auch per Videobeitrag mehrfach darauf hin, mit Bruch dieser Unterstützung hat sich letztlich das charttechnische Bild vom Goldpreis weiter verschlechtert. Dann kam es, wie es kommen musste, zunächst einige Handelstage mit relativ schwacher Tendenz, dann aber allerdings alles unter relativ geringer Range. Also der Goldpreis bewegte sich hier in den Anfangstagen der letzten Woche hier kaum mehr als 10 Dollar je Unze. Dann am Freitag jedoch gab es den ordentlichen Downmove sozusagen. Der Goldpreis seit längerem mal wieder deutlich über 10 Dollar nach unten gesackt. Und hier sozusagen die Tendenz, die untere Trendlinie dann zu touchieren. Das Level von 1.132,01 Dollar war ein Ziel-Level und wurde auch am Freitag direkt touchiert. Dieses Niveau leitet sich hier vom November-Tief des letzten Jahres ab. Gut, grundsätzlich war technisch ausgehend von diesem Level, da sehen Sie aus diesem blauen Tendenzfall heraus ausgehend, eine, ja, Abprallbewegung, eine technische Gegenreaktion durchaus möglich. Die, wie wir allerdings sehen, mit dieser heutigen Tageskerze ja mehr als relativiert wurde. Der Goldpreis bereits über 61 Dollar gefallen, vom Opening Price ausgehend. Und das hier entsprechend hier mitsamt Aufgabe der Marke von 1.100 Dollar je Unze. Das Niveau von rund 1.000 Dollar je Unze ist nunmehr wirklich zum Greifen nah. Und es gibt noch ein Level bei 1.080, was hier als Unterstützung kurzfristig dienen kann. Aber man sollte sich hier durchaus darauf einstellen, dass der Goldpreis mit Blick auf die kommenden, ja, Tage, Wochen, im Ausnahmefall, Monate, doch das kann man sich kaum vorstellen, hier sozusagen die Tendenz aufweist, das Niveau von 1.000 Dollar je Unze zu touchieren, Schrägstrich auch zu unterschreiten. Davon muss man definitiv ausgehen. Der Goldpreis also hier auf Tagesbasis jetzt mit diesem starken Abverkaufs-Move von morgen, von morgen hier jetzt aktuell auch schon wieder deutlich gelöst vom Tief. Um genau zu sein, ist er hier schon wieder vom Low knapp 44 Dollar angestiegen. Und das heißt natürlich, dass hier versucht wird, diese technische Reaktion zu korrigieren. Warum ist es dazu gekommen? Es gibt die Stop-Loss-Verkäufe am Markt. Das heißt, wenn bestimmte Orders gerissen werden, dann kommt es hier zu automatischen Verkaufsaufträgen. Und das hatten wir auch schon mal im Mai 2011, meine ich war das gesehen, wo der Goldpreis dann auch die Marke von 1.500 Dollar je Unze durchbrach. Neben den, so heißt es wohl, Manipulation von US-amerikanischen Großbanken, war dies dann auch einer der Gründe, warum der Goldpreis insbesondere dann in freien Fall überging. Eben die Stop-Loss-Aufträge, die hier nach und nach ausgeführt wurden. Aber rein technisch, wie gesagt, der Goldpreis jetzt hier kurzfristig im Erholungsmodus mit Rücklauf 1.132 denkbar, Ausnahmefall 1.142, um dann jedoch wieder weitere Talfahrt gen Süden aufzunehmen. Also der Goldpreis hat hier den direkten Weg nach unten eingeschlagen und dies dürfte hier das technische Bild weiter belasten, sodass der Goldpreis grundsätzlich mit Blick auf die nächsten Tage und natürlich auch Monate hier eher weiter abwärts ausgerichtet sein sollte. Und dies begünstigt natürlich dann auch eine annehmbare oder zu erwartende Dollarpreisstärke. Der Dollar dürfte also hier weiter nach oben rausziehen, was dann wiederum den Euro belasten könnte, was im Umkehrschluss wiederum den DAX weiter hinauftreiben dürfte. Das sind also alles solche Korrelationsgedanken, die man hier fahren kann, die den Goldpreis hier grundsätzlich rein auf den Goldpreis betrachtet weiter schwächen dürften. Doch schauen wir mal kurz das große Bild vom Goldpreis an. Wir sehen hier den 15-Jahres-Chart von den Tiefs vor dem Millennium, beziehungsweise hier das Tief von 99, dann hier das Tief von 2001, so eine Ausbildung eines klassischen Doppelbodens. Der Goldpreis dann hier sehr, sehr signifikant angestiegen, über 650 Prozent seit den Tiefs hier vom Millennium ausgehend. Und jetzt sehen wir hier, dass der Goldpreis eine Korrekturphase hier begonnen hat, knapp vor der Marke von 2.000 Dollar je Unse eben hier scheiterte. Und letztlich dann hier, das war übrigens Mai 2013, nicht 2011, wo es hier den Durchbruch gab, unter 1.500 Dollar die Feinunse. Letztlich sehen wir aber hier sehr schön, dass der Goldpreis ja in einer Korrekturphase steckt und diese auch weiter ausbauen könnte. Denn wir haben eben hier ein neues Mehrjahres-Tief gemacht. Die Marke von 1.000 Dollar befindet sich hier. Da gibt es ja auch ein kleines Unterstützungslevel bei 1.030 und hier das besagte Level von 1.080 Dollar. Die Unse, das aber eher eine zwischengeschaltete, untergeordnete Unterstützung. Vielmehr wäre hier 1.030 zu nennen, was man hier als Unterstützung ansehen kann. Das ist hier das Hoch auf 1.032,40 vom März 2008. Da wäre hier definitiv ein Touchdown inklusive Spike unter 1.000 Dollar möglich. Aber man bedenke auch hier, wenn wir uns hier die Fibonacci-Levels mal anschauen, wir haben hier das 38er Fibonacci-Level von den Tiefs vor dem Millennium ausgehend zum Millennium ausgehend hier nach oben. Das heißt, nichts anderes im logarithmischen Darstellungsimpuls, dass wenn der Preis hier die Marke von 1.000 Dollar unterschreitet, wären sogar hier Rücksetzer bis zum Niveau um 875 denkbar. 885, 880 hier in diesem Bereich, also 880 plus minus 10, 20 Dollar. Wir haben hier nämlich eine Horizontalunterstützung und eben das 38er Fibonacci-Level, was nichts anderes heißt, als dass dieser große Aufwärtsimpuls, den wir hier seit dem Millennium gesehen haben, um eben 38,2 Prozent korrigiert wurde, was unter technischen Gesichtspunkten eine völlig normale Reaktion darstellt. Und wenn man eben darauf achtet, wie der Goldpreis gelaufen ist seither, dann ist die aktuelle Bewegung auch aufgrund dessen, was wir hier im Vorfeld gesehen haben, um keinesfalls überzubewerten. Spekulationen rund um den Goldpreis gab es immer. Und hier war jetzt insbesondere auch noch der Auslöser, dass hier die Goldreserven Chinas, wie sie denn bekannt wurde, nicht in der Höhe vorlagen, wie erwartet. Markteilnehmer gingen hier von Hausnummern in den Bereich 4.000, 6.000 oder 10.000 Dollar die Unse aus. Jetzt waren es noch nicht mal 1.700 Dollar, die Dollar, Tonnen, die Unse, die hier praktisch die chinesische Regierung in ihren Zentralbank-Tresoren aufbewahrt. Also hier gerade mit dem Hintergrund der Deckung der chinesischen Währung Reninbi Yuan, hier als Gold, teilgoldgedeckelte Währung, war praktisch hier eben der Hintergrund, dass China da im großen Stil Golde aufkaufte in den letzten Jahren. Dies erfüllte sich sozusagen rein von den Meldungen bislang nicht. Doch, wie gesagt, Spekulationen gab es schon immer. Und ob das jetzt hier alles so dem entspricht, was man sich vorstellt, muss man mal abwarten. Rein technisch hat China in den letzten Jahren immer wieder auch aufgekauft. Und im Vergleich zu den letzten Jahren, sagt man hier, sind 50 bis 60 Prozent an Zuwachs verzeichnet wurden in Sachen der Goldpreisreserven. Und ich denke, auch hier wird noch nicht das Ende erreicht sein. Also weiterfallende Preise beim Goldpreis zu erwarten, die wiederum die langfristigen Investoren sicherlich einladen zum Kauf. Denn übergeordnet eine völlig normale Korrekturbewegung, die wir hier sehen, auch wenn sie sicherlich zu teilen jetzt recht heftig ist. Und es könnte auch noch durchaus heftiger werden. Also sprich, beschleunigte Korrekturenpulse. Sollte man sich hier früh oder später durchaus auch wieder auf eine technische Aufwärtsreaktion einstellen, die zunächst natürlich völlig korrektiv bleibt, solange der Goldpreis hier im großen Bild nicht hier wieder deutlich über 1.300 Dollar hier uns herauszieht. Also das technische Bild ist angeschlagen und dürfte auch hier in den kommenden Tagen, Schrägstrich in der kommenden Zeit auch angeschlagen bleiben. Sie sehen auch hier, dass wir auf Basis des Monatscharts, in dem wir hier stecken, sogar jetzt hier diesen Abwärtstrendkanal auch skizzieren können, der dann hier auch aufzeigt, okay, jetzt haben wir so einen gewissen Spike erreicht, vielleicht eine technische Gegenreaktion nochmal möglich, aber das Level von 1.000 Dollar hier unser sollte in den kommenden Monaten durchaus erreichbar sein. Gut, dann wollen wir uns mit diesem Statement, mit dieser Beschraubung zum Goldpreis mal abmelden. Diesmal wieder ein größeres Bild, aber aufgrund der Situation müssen wir den Goldpreis hier definitiv nochmal unter die Lupe nehmen oder mussten ihn nochmal unter die Lupe nehmen, nachdem wir das ja gestern schon bzw. am Freitag viel mehr auf Intraday-Basis getan haben. Wir werden dann im weiteren Tagesverlauf noch auf dem JfD-Desktop natürlich den DAX unter die Lupe nehmen, wie immer. Und den Goldpreis haben wir natürlich mit einem Blick auch im Auge. Für alle die, die Short positioniert waren, Glückwunsch an dieser Stelle. Das war sicherlich ein richtiger Segen zum Wochenauftakt. Ansonsten, der Goldpreis bleibt weiterhin volatil und spannend und gibt immer wieder Handelsmöglichkeiten, die wir hier natürlich auch versuchen einzufangen. In dem Zusammenhang wünsche ich Ihnen einen guten Wochenauftakt. Und wenn Sie mögen, hören wir uns später nochmal wieder. Ihr Christian Kemmerer, beste Grüße. Und wenn Sie mögen, hören wir uns später mal wieder. Und wenn Sie mögen, hören wir uns später mal wieder. Und wenn Sie mögen, hören wir uns später mal wieder. Und wenn Sie mögen, hören wir uns später mal wieder. Und wenn Sie mögen, hören wir uns später mal wieder. Und wenn Sie mögen, hören wir uns später mal wieder. Und wenn Sie mögen, hören wir uns später mal wieder. Und wenn Sie mögen, hören wir uns später mal wieder. Und wenn Sie mögen, hören wir uns später mal wieder. Und wenn Sie mögen, hören wir uns später mal wieder. Und wenn Sie mögen, hören wir uns später mal wieder. Vielen Dank.